. Essen? Ich? Nein, danke. Sightseeing? Ich? Zu Fuß? Noch mehr? Nein, danke. Ich laufe nämlich nicht. Ha! Ich werde jetzt mein Lenachchen abholen. Black Taxi ist angesagt in Belfast. Ich liebe Irland! Ich werde noch mal mein Stück üben, damit ich nachher bei Lena nicht so aufgeregt bin, glaube ich. Da ist sie! Tag, Alter! Alles gut? Es freut mich. Ich habe gedacht, ich verwöne dich ein bisschen. Wir machen es uns ein bisschen gemütlich. Deswegen habe ich hier eine wunderschöne mobile Zelle organisiert. Hast du Bock? Ja, total! Ich weiß ja gar nicht, was jetzt passiert. Wo fahren wir denn überhaupt hin? Wir haben Haare anders und Lipgloss drauf. Das ist nämlich der erste Tag, wo ich glitzere. Ich habe mich ja sonst immer geweigert dagegen zu glitzern. Weil? Weil ich eigentlich nicht so auf Glitzer stehe. Aber heute stehe ich total auf Glitzer. Du hast ja einen fetten Preis gewonnen, ne? Ist das einer von vielen? Oder wie sagst du, was machst du mit dem? MTV? Ist das was Neues für dich? Also jetzt so ein Award, das ist schon cool. Weil irgendwie jetzt gerade so die Zeit gekommen, wo alles sich ein bisschen gelegt hat und wo alles ein bisschen ruhiger geworden ist um mich. Und ich bin nicht mehr so präsent. Und da freut es mich umso mehr, dass so viele Leute trotzdem noch an mich denken. Erstes Instrument, was ich getestet habe, war die Harfe. Krass! Das ist natürlich auch noch ein Gastgeschenk. Schöne Grüße vom Bürgermeister. Das ist ja ein Geschenk. Mach die bitte nicht sofort kaputt. Leg es mal bitte. Ich mach die doch nicht kaputt. Möchtest du bitte trommeln? Wir können sie schütteln. Weil wir können sie schütteln. Also immer schütteln. Nein, wie ein Google-Schreiber nennt man die und streicht hinüber, hab ich gedacht. Ich würde mich ja lieber haulen ein bisschen. Kannst du auch machen. 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7, Pause 1,2,3,4,5,6,7, Pause 1,2,3,4,5,6,7, Pause 1,2,3,4,5,6,7, Pause Ich glaube wir sind total geil Ihre Schuhe sind da Never 1,2,3,4,5,6,7, Pause Wie sieht es denn bei dir mit Süßigkeiten aus? Gut Magst du Süßigkeiten gerne? Ja Leuchtest du dann immer wenn du so guckst? Weiß ich nicht Ich glaube schon Na ja, was es mit den Süßigkeiten auf sich hat Was ich noch mit Lena vorhabe Und ob sie sich über meine persönliche Überraschung hier in Belfast freut Das erfahrt ihr morgen Also bis dann Ich bin schon ganz gespannt Winken musst du Ja ich winke doch Ich bin schon ganz gespannt